Geld verdienen im Casino. 5 einfache Regeln. Geld verdienen im Casino, ist das wirklich möglich? Es würde keine Berufsspieler geben, wenn dem nicht so wäre. Obgleich der mathematische Vorteil der Spielbank nicht zu verleugnen ist, können Sie mit unseren fünf Regeln die Naturgesetze zumindest etwas biegen. Regel Nummer 1. Meiden Sie Spiele, auf welche Sie keinen Einfluss haben. Bei Spielen, bei denen Sie den Spielverlauf nicht beeinflussen können, sind Sie zu 100% vom Zufall abhängig. Meiden Sie Spiele wie Slot Machines, Bingo oder Lose. Hierbei werden Sie auf lange Sicht ein Opfer des Bankvorteils werden. Beteiligen Sie sich stattdessen an Spielen, die Sie strategisch beeinflussen können. Beim Blackjack oder Poker haben Sie als guter Spieler eindeutige Vorteile. Regel Nummer 2. Lassen Sie sich nicht von Systemen blenden. Keine mathematische Strategie kann den Bankvorteil verringern. Besonders die sogenannte Verdoppler-Strategie beim Roulette ist extrem gefährlich. Sie besagt, bei einer verlorenen Runde im nächsten Spiel den doppelten Betrag zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie all Ihr Geld verlieren, bevor Sie gewinnen, ist extrem hoch. Regel Nummer 3. Folgen Sie einem klugen Einsatzmanagement. Entscheiden Sie vor dem Spiel, wie viel Geld Sie gewinnen möchten. Und entscheiden Sie vorher, wie viel Geld Sie maximal verlieren wollen. Haben Sie die Schwelle erreicht, dann hören Sie auf. Regel Nummer 4. Spielen Sie nur, wenn Sie es sich leisten können. Spielen ist und soll ein Vergnügen sein. Spielen Sie nur mit Geld, welches Sie sich leisten können, zu verlieren. Besonders mit geliehenem Geld spielt immer die Angst mit. Und Angst verliert. Regel Nummer 5. Werden Sie nicht gierig. Haben Sie einen guten Gewinn erzielt, glauben Sie nicht, dass es so weitergehen wird. Freuen Sie sich und genießen Sie Ihren Erfolg. Machen Sie nicht den Fehler zu denken, dass höhere Einsätze die Gewinne erhöhen. Es ist eher wahrscheinlich, dass Sie Ihr gesamtes Geld verlieren werden. Finden Sie unsere Tipps nützlich? Dann freuen wir uns über einen Like. Oder teilen Sie weiter unten Ihre Gedanken mit uns.